Ich hab nen Sniper. Oh, ich versuch den... Warte, ich werf den Gesentex, warte. Hab ihn, hab ihn Gesentex, Digga. Links von uns. Hab ihn. Äh, ja, ich bin als nächstes jetzt. Ja, jetzt nicht. Wenn du hier gewinnscht, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Ich geh auf Boxing, glaub ich, oder? Mitte? Ja. Ich boxe ihn. Hab ihn geschlagen, hab ihn geschlagen. Wenn du wie hast wohl wehgetan haben, wäre er ab für einen neuen Einsatz. Einfach geboxt. Schau. Schau. Ach, ich bin. Du bist ja jetzt. Angriff, kann das alles machen. Ja. Weg, komm. Der Feind springt über dem Scheiße Man stirbt einfach sofort wenn man das Wasser nur berührt Beine lassen im Einsatzgebiet Ab ihn Hinter dir, hinter dir Warte, warte, warte Guck mal, guck mal Guck dir an, steh Junge Das sind Boxen, das sind Schlagen oder Städte Jawohl Noch einer Hop ihn Der kriegt genauso einen Schlag ab, Junge Der Feind nähert sich Ja, hallo? Setze Wegpunkt Ich hab fast die Landung verkackt Lass mich den schlagen, lass mich den schlagen Ich stich ihn, ich stich ihn Hab ich ein paar Schilde bitte den kann ich ein finisher geben der hatte nun ein sniper der arme fahrrad alle schön wo wo ich kommt ich komme ich komme er schiebt mit er schiebt wird versucht selber zu sein ab in karte ich bin ich die sauber jawohl gibt ihn schön ein stich im rache hinter dir hab ihn von oben von oben hilfe 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 lebt er noch lebt er schon wieder ich habe keine munition ich schwöre auch jungen nein 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 das gibt es nicht das hab alle hab ihn warte gib mir den finisher gönn mir den aber egal der hatte alles der hatte alles der hatte sogar diese diese plattentasche habe ich krasser der hatte alles der marokkaner ich höre wenn du wartest vielleicht noch andere gegner und dann finde ich aber wohl da sofort durchspray lasse das gebäude ja das sind was den umringen der ist hier haben sagt ich will den so richtig geilen finisher hab ihn der kriegt ein finisher der war das der kriegt ein finisher guck mal der kriegt ein richtig geilen stich im nacken wo ist denn die treppe bruder ich komme nicht hoch ach hier ich komme hoch hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn finished wo ist der bastard wo 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 hochrappeln und weitermachen was ist das was ist das was ist das hat hat wir haben was ist das ist das was ist das eine andere du bist hier ist ist die die oder die die so stirbt er nicht ja großfamilie kommt in mein zimmer rein ok das nenne ich mal einen richtigen kampf wenn du hier gewinnst geht's zurück an die front auch nee sniper im wulag ja was soll die scheiße ich geh auf schläge jub mich nicht ich hab den geschlagen ich bin unterwegs Unterwegs Boah wie schlecht Ich hab alles gesehen Du Opfer Nein wo das runter lädt Hamza guck mal beim ersten Mal Wenn du zum ersten Mal in GTA reingest Dann lädt das erstmal eine halbe Stunde Alles runter Nee wenn du drin bist Der muss das alles nochmal laden Sie nehmen mich ins Visier Macht euch bereit Wir starten ein klein klein Feinde landen im Einsatzgebiet Los geht's Du bist dran Kumpel Mach dich bereit Ich hab grad einen mit nem Stein in Gulag gekillt Wenn du hier gewinnst Geht's zurück an die Front Verlierst du ist dein Kampf vorbei Ich schwöre Du bist dran Soldat Zeig diesem Mistkerl wo der Hammer hängt Ich hab den weggestochenen Bastel Bereit macht zum erneuten Einsatz So komm Ab vor uns Feindbewegung Sichtkontakt Hä? Wo ist der hin? Ist das Fenster da? Hab ihn Noch einer? Der kommt glaub ich rein jetzt Hab ihn Geht's Oh ja wohl Geht's 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 Geht's